Der Konflikt zwischen der Türkei und kurdischen PKK-Rebellen verschärft sich. Mehrere türkische Grenzpolizisten kamen am Morgen durch eine Sprengfalle im Südosten des Landes ums Leben. Daraufhin griff die türkische Armee PKK-Ziele im Nordirak an. Dort haben sich die Kämpfer, die nach einem unabhängigen Staat streben, zurückgezogen. Die Polizisten waren heute früh unterwegs zur armenischen Grenze, als ihr Fahrzeug von dem Sprengsatz erfasst wurde. 14 Beamte wurden getötet, mehrere verletzt, vermutlich ein Anschlag der verbotenen kurdischen PKK. Erst am Morgen waren im Beisein zahlreiche Regierungsvertreter, die Leichen der 16 Soldaten überführt wurden, die am Sonntag bei einem ähnlichen Anschlag nahe der irakischen Grenze getötet worden waren. Das nationale Sicherheitskabinett kam nach diesem Anschlag zu einer Krisensitzung zusammen. Dabei machten Präsident Erdogan und seine Regierung deutlich, dass sie eine militärische Lösung des seit 30 Jahren andauernden Konflikts anstreben. Egal was passiert, wir werden die Berge von diesen Terroristen säubern. Als Vergeltung nahm die türkische Luftwaffe gestern Stellungen der PKK in Nordirak unter Beschuss. Heute marschierten auch Bodentruppen in das Nachbarland ein, in einer befristeten Aktion, wie es hieß. Bei den Kämpfen gerät die kurdische Zivilbevölkerung zunehmend ins Kreuzfeuer. In der Stadt Cizre wurde ein zehnjähriges Mädchen getötet. Die Behörden haben in weiten Teilen des Südostens Ausgangssperren verhängt. Der Vorsitzende der pro-kurdischen Partei HDP Demirtas forderte erneut eine Waffenruhe. Weshalb müssen diese Menschen sterben? Für wen? Das soll uns die Regierung mal erklären. Die Spannungen nehmen überall im Land zu. Bei antikurdischen Ausschreitungen zerstörten türkische Nationalisten bereits mehrere Dutzend Büros der HDP.